Yo, what's it? Wie geht's dir? Die Angie, soll ich mich mit dir hier treffen, ey? Schon irgendjemand? Mein Gott! Die Geräusche! Ich bin alt, Mann! Du bist so ein Jungspurt. Was ist denn hier? Ja, was machen wir hier? What's it? Mann, ey! Ey, ich bin hier gerade am Channel, ich hab gerade von denen ich hieß, wie eine von Siren hat gehört! Ja, hab ich auch gehört! Mein Gott, der muss irgendwo... Leute, was war das nur für ein Tag? Vorhin war ich noch mit Dr. Light am Opernhaus, weil wir da von Siren Head hingeschickt wurden und wir haben alles abgesucht, aber wir haben nichts gefunden. Wir haben nur wieder diese Sirengeräusche gehört. Was war da los? Inzwischen haben wir jetzt wieder 3 Uhr nachts. Schaut, ich werde jetzt einfach nochmal Siren Head über FaceTime oder was anrufen und fragen, was das hier nochmal sollte. Also lasst mal gern nochmal dicken Daumen nach oben hoch. Das wäre super! Und noch besser wäre, wenn ihr mal in meinen jetzt nagelneuen Merch-Shop reinschauen würdet. Da gibt's Hoodies, verschiedene T-Shirts und was man in der heutigen Zeit braucht und auch schon in der Schule braucht, sind die Mund- und Nasen-Masken mit Whatsit-Logo drauf. Ist das nicht was? Also Leute, wie versprochen, rufen wir gleich mal Siren Head an. Oh mein Gott, da ist er schon! Und da sind dann wieder die Geräusche! Siren Head! Warum hast du Dr. Light und mich zum Opernhaus geschickt? Was sollten wir dort? Willst du uns veräppeln? Wir werden dich schon besiegen! Wo bist du jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Es sind wieder nur die Geräusche! Es sind wieder nur die Geräusche! Oh Mann! Was ist jetzt passiert? Wieso hat mich Sonic jetzt in den Keller gebracht? Und was habe ich hier? Da steht mal Trink mich! Wieso kommt mir dieses Fläschchen nur so bekannt vor? Aber das, was blau ist drin, ist das wieder ein Zaubertrank? Nicht, dass ich mich in den Schlupf verwandle! Oder Moment! Das kommt doch von Sonic! Vielleicht muss ich das trinken, dass es ein Sonic trank! Und damit kann ich dann Siren Head besiegen! Leute, ich weiß nicht, soll ich das wirklich probieren? Ja, was bleibt mir anders übrig? Wie soll ich so ein Siren Head besiegen? Ja, was bleibt mir anders übrig? Das war auch wieder da. Ich habe manchmal gesehen mitgegenert! Ich habe einen Neumann voni handle auf dem Hut und nicht squeeze, ich habe gleich einen da starken Rauch auf dem Dritten zu ötten! Und ich mache mich sehr viel,温 als mich kurz zu ötten! Ich habe schon eine Würstchenrechte themed, für mich in der Würstchenrechte, die gibt es Dünnen vor. Ich habe mich schon mit dem Siren Head des Blüters erstellen! Ich habe mich schon mit! Ich habe mich überleggelegen! Das war's für heute. Was ist los? Wo bin ich? Oh mein Gott, ich bin Sonic! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott, das ist so... Das war's für heute. 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 Ich war mal als Sonic in der Spielewelt. Und ich glaube, ich habe Siren Head sogar besiegt. Oh mein Gott, Leute, ist Siren Head jetzt wirklich tot? ich bin wieder ganz normal ich bin nicht mehr blau oh mein gott ist das heftig leute ist es wirklich wahr dass sein jetzt besiegt ist ich kann es immer noch nicht glauben aber ihr wisst ja wenn euch meine videos gefallen dann klickt jetzt auf abonnieren und glocke aktiv und das gerne 1000 likes da ansonsten wie immer gerne mal auf tik tok schauen und natürlich werden heute wieder leute gegrüßt und zwar der erste gruß ist hier natürlich wird noch jemand weiteres gegrüßt der zweite gruß ist hier der dritte gruß ist wieder hier und weil ich beim letzten video keinen gegrüßt habe heute noch mal ein vierter gruß und der ist hier schaut auch gern in meinen neuen merch shop rein wird mich tierisch freuen wir sehen uns beim nächsten video wieder euer what's it oh mein gott die geräusche sind wieder da nein siren hat es noch am leben oh mein gott mein gott Untertitelung des ZDF, 2020